Hi und herzlich willkommen bei OK Let's Drive. Heute mal aus der Toskana, aus Italien, genau genommen vom Campingplatz Papasole. Und hier im Hintergrund seht ihr es schon, ich habe mir was Neues zugelegt. Ich habe mir einen Wohnwagen besorgt, und zwar einen Hobby Prestige 560 FC mit allerlei Schnickschnack und Luxus, was ich euch in diesem Video gerne vorstellen möchte. Gezogen habe ich das Ganze natürlich mit meinem 5er BMW. Der darf theoretisch 2 Tonnen ziehen, ich darf aber mit meinem B96 Führerschein nur 1900 Kilo ziehen, denn der BMW wiegt schon 2345 Kilo und mit 1900 Kilo Anhänger bin ich genau im Limit dessen, was mit B96 möglich ist. Die Anreise war an sich super easy, ich hatte richtig Bammel vor der Fahrt, 800 Kilometer mit einem 12,5 Meter Gespann. Ich wusste nicht so richtig, wie das wird, was da auf mich zukommt, aber es lief echt gut, echt problemlos. Und vor allem auch, dass in Österreich man die Vignette sich mittlerweile nicht mehr an die Scheibe kleben muss, sondern komplett digital machen kann. Das gilt auch für die Mautstation am Brenner, da fährt man einfach hin, hat sein Kennzeichen hinterlegt und die Schranke geht automatisch auf. Das war wirklich cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, jetzt sind wir hier in der Toskana, genießen noch ein bisschen die Zeit und ich zeige euch jetzt mal meinen Wohnwagen im Detail. Wenn euch das Thema Spaß macht, wenn das was für euch ist, freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare und Abos. Viel Spaß. So, hereinspaziert ins klimatisierte, das große Highlight, ins klimatisierte Innere. Erzähle ich euch gleich noch genauer, fangen wir gleich am Eingang an mit diesem Farbpanel. Hier steuert man quasi den kompletten Wohnwagen damit. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, hier den Boiler, die Heizung, den Wassertank. Man kann das Ganze auch per App steuern bei Hobby, funktioniert überraschend gut, was man mal vom Bett aus eine Heizung anmachen muss. Hier in Italien eher unwahrscheinlich, aber ganz nett haben hier oben die ganzen Lichtschalter, können wir mal alle anmachen. Dann haben wir hier eine fantastische Ambientebeleuchtung und dann hier sogar super fancy das beleuchtete Haar für Hobby. Das ist ein schönes Lichtdesign, passt gut ins Jahr 2021, hat ja irgendwie jeder mittlerweile Ambientebeleuchtung. Schönes Ding. Fangen wir vorne an mit dem C in der Bezeichnung FC. Das hier vorne ist eine große Couchgruppe. Geht also nicht nur gegenüber, wie das häufig der Fall ist, sondern es gibt auch noch hier diese deutlich kürzere Bank. Die ist also nicht besonders tief. Ein Erwachsener kann da nicht besonders gut sitzen. Es gibt aber unten drunter noch eine Ablage. Das ist relativ praktisch. Ansonsten, ja, wir nutzen das jetzt im Sommer eigentlich gar nicht zum Sitzen, denn es ist primär unser Hundeplatz. Unten drunter steht das Körbchen. Das ist kein Problem, weil der Tisch hier hinten mit so einem Einsäulen-Hubtisch da einfach in die Ecke geschoben werden kann. Hier oben drauf eine Eismaschine. Meine persönliche Investition des Jahres. Das ist absolut genial. Die ganze Zeit frische Eiswürfel mit leckerem italienischem Mineralwasser. Das ist wirklich cool. Und ja, hier oben allerlei Pflanze. Einfach, das zeige ich euch mal. Hier habe ich meine ganzen Technik-Sachen drin. Natürlich eine Wasserwaage zum Ausrichten, die Fernbedienung für den Mover, natürlich ein Feuerlösch-Spray und naja, alles, was man so braucht. Und an Technik beim Camping, vorne ist alles Hund und ja, generell viel Ablage vorne. Als wir ihn geholt haben, waren wir uns gar nicht sicher, ob wir jemals so viel Ablage brauchen würden. Aber wenn man dann mal seinen halben Hausstand dabei hat oder eigentlich schafft man sich ja schon fast einen zweiten Hausstand an, wenn man sich so einen Wohnwagen aushustet und voll macht, dann wird das alles relativ schnell voll. Wir haben aber immer noch Platz. Also es ist kein Thema. Es ist wirklich sehr gut und sehr ausreichend Stauraum. Völlig, völlig unproblematisch. Das Schöne ist, weil wir hier einfach diese Couch haben oder eigentlich haben wir die Couch, weil wir hier diese Küche mit diesem L haben. Das ist wirklich genial. Eine deutlich größere Küche als die allermeisten Wohnmobile und Wohnwagen. Wenn man mal hier was kocht, dann ist die Ablage einfach Gold wert zum Schneiden, zum Abstellen, was auch immer man damit machen möchte. Wir haben hier auch zwei Steckdosen und ein Thema, das Hobby nicht in den Griff bekommt, ist die Beleuchtung hier hinten. Ich mache es mal an und aus. Hier in diesen Gewürzfächern heißt es, glaube ich, die kann man nämlich nicht über das Panel steuern. Das ist schon ewig ein Thema, dass das nicht geht. Man muss hier weiterhin den Schalter benutzen, auch im Jahr 2021. Davor natürlich eine Kapselkaffeemaschine und so einen Milchaufschäumer. Ich hatte anfangs Bedenken, ob das in Verbindung mit der Klimaanlage funktioniert. Denn wir haben hier auf dem Platz nur eine Stromstärke von 10 Ampere. Da dachte ich schon, dass das eng werden könnte, weil so eine Kaffeemaschine doch relativ viel Strom zieht und die Klimaanlage sowieso. Aber bislang kein einziges Problem mit dem Strom. Wir mussten irgendwie gar nicht darauf achten, das irgendwas auszumachen, wenn wir irgendwas anderes machen wollen. Mit 10 Ampere kommen wir hier super zurecht. Küche hat natürlich auch drei Kochfelder und eine Spüle. Waren auch schon mal alle drei gleichzeitig in Benutzung. Ist natürlich ein riesen Umstieg, wenn man zu Hause Induktion hat hier auf so einem Gasherd. Macht aber Spaß. Also ich habe echt Freude daran, hier zu kochen. Im Wohnmobil, speziell natürlich in Italien, wenn man sich da lokale Zutaten kaufen kann. Eine echt coole Sache. Clever auch, dass der Platz unter diesem L sehr ideal genutzt wird. Für hier so ein Topfkarussell heißt es, glaube ich. Hier unten haben wir Töpfe, oben haben wir Pfannen. Das ist einfach so ein 0815 Set von Amazon. Gar kein Problem. Gute Wahl. Es ist zugegebenermaßen fast mehr Platz, als man braucht. So viel kochen wir dann irgendwie auch nicht, dass wir da so viele Töpfe brauchen. Aber wenn man den Platz schon hat, kann man ihn auch nutzen. Hier auch Riesenschublade mit Geschirr und so weiter und allem, was man braucht. Diese Teller sind auf den ersten Blick vielleicht normale Porzellanteller. Sind es aber nicht. Das ist sogenanntes Melamin-Camping-Geschirr. Also ein relativ hochwertiges Plastik, das nicht zerbricht oder zersplittert. Wunderbar. Die Schublade unten ist nicht ganz so tief, weil dahinter der Radlauf sitzt. Das ist also der Radkasten. Aber ja, riesen Küche. Cooles Ding. Hier hat man echt Platz zu kochen und Cocktails zu machen. Was auch immer man tun möchte. Und ein Thema, was uns wahnsinnig wichtig war, ist das große Bad mit einer eigenen Dusche. Zu meiner Überraschung ist das bei Wohnwagen wirklich selten. Wir haben auch hier noch ein Licht, das wir anmachen können. Zack, zack. Hallo. Es ist wahnsinnig selten, dass Wohnwagen eine abgetrennte Dusche haben. Da sind wir so unter den wenigen, die das wirklich wollen, denen das wichtig ist. Also man hat hier wirklich eine absolut ausreichend große Dusche. Man kann da absolut bequem drin duschen. Das ist dann zum Abtrocknen schon fast ein bisschen enger als zum Duschen selbst. Aber nichtsdestotrotz geht das alles wunderbar. Dann gibt es hier diese Schiebetür. Man hat einen komplett abgetrennten Bereich für sein Toiletten-Business und seine Duschvorgänge. Das ist echt cool, dass er das mit dem Bad war die absolut richtige Entscheidung, da auf so ein Großes zu gehen. Denn so ein Kleines, wo man irgendwie dann auf der Toilette duscht, das wollten wir nicht. Und das ist gut, dass wir uns hierfür entschieden haben. Das F in der Modellbezeichnung FC steht für das französische Bett. Das hat eine Breite von 1,40m, zumindest am Kopfende, und eine Länge von 1,95m. Und wie man hier schon sieht, führt dieses Bett ein bisschen vorne zu. Das heißt, es ist vorne ein bisschen schmaler als hinten. Ich habe das Glück, auf der linken Seite schlafen zu dürfen. Das ist dann zwar von der Länge nicht ganz ideal bei meiner Körpergröße, denn wenn ich mich strecke, bin ich auch ein bisschen größer als 1,95m. Da liegt dann immer so halbschräg drin. Aber ich habe das Glück, dass meine Freundin sich hier auf der rechten Seite relativ klein machen kann. Und wir dann trotzdem, würde ich sagen, überraschend gut schlafen. Also ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass ich hier drin so gut schlafe. Das liegt natürlich auch an der Klimaanlage, die es hier drin einfach wahnsinnig erträglich macht. Jetzt, wo wir aktuell in Deutschland auch wieder deutlich über 30 Grad haben, ist das einfach wirklich Luxus. Das ist hier eine Dometic Freshjet 2200. Über die kann ich nur Gutes berichten. Die ist leise, die funktioniert gut. Und braucht auch, wie man gemerkt hat, in Verbindung mit Kaffeemaschine relativ wenig Strom. Funktioniert echt klasse. Das läuft hier mit einer Fernbedienung. 22 Grad, warum dann 0 Uhr 8 steht, weiß ich nicht, habe ich noch nie eingestellt. Und ja, die macht dann alles selber. Man kann sie auch über Nacht laufen lassen, ohne dass einem das stört. Cooles Feature. Zur Küche gehört natürlich auch dieser riesige Kühlschrank. Das ist der Dometic Slim Tower. Befüllt mit italienischen Leckereien. Käse, Melone, Tomate, Schinken. Alles, alles drin, was man braucht zum Glücklichsein. Italienisches Bier. Wirklich cool. Es hat sogar ein großes Tiefkühlfach. Da ist natürlich auch Eis drin. So muss das sein im Urlaub. Auch absolut Gold wert für mich. So ein großer Kühlschrank, wenn man sich überlegt, ich kannte von früher halt einfach diese ganz kleinen Camping-Kühlschränke. Und da kriegt man halt irgendwie nicht besonders viel rein. Und von daher bin ich schon happy, dass wir hier so einen großen Kühlschrank haben. Hier oben noch ein Fach. Das macht für mich relativ wenig Sinn, das ganze Fach an sich. Man sieht, hier sind so Pinöpsel, wo man diesen Boden einlegen könnte. Aber der kracht mir ständig runter während der Fahrt. Deswegen bleibt er jetzt da unten. Das ist einfach eine Ablage für Flaschen und hat so auch seine Funktion. Aber wie gesagt, das hätte man irgendwie noch anders nutzen können, diesen Bereich. Hier der Fernseher. Das ist ein 22 Zoll Fernseher. Das gibt Hobby auch als Maximalgröße an für diesen Wohnwagen. Dann ist er hier an dieser Halterung. Und kann so entsprechend geschwenkt werden. Man kann ihn sogar so drehen, dass man draußen Fernseh schauen kann. Ziemlich cool. So haben wir das Deutschland-EM-Spiel auf der Terrasse sitzend verfolgen können. Und man könnte ihn aber auch so drehen, dass zumindest eine Person im Bett Fernseh schauen kann. Also das ist wirklich eine coole Konstruktion. Das Ganze ist verbunden mit einer SAT-Anlage. Die zeige ich euch noch. Das ist nämlich auch relativ clever, wie Hobby das gelöst hat. Und ja, so viel zu unserer kleinen Roomtour. Machen wir draußen weiter. Das ist unser Stellplatz. Das ist hier auf Camping Papasole ein Stellplatz B. Das bedeutet, wir haben hier oben den künstlichen Schatten, der echt ganz gut funktioniert. Und ich glaube, es ist irgendwie 100 bis 120 Quadratmeter oder so ähnlich. Da sitzt der Hund vor der Tür. Und hier steht unser guter Stück. Dieser Wohnwagen hat eine Länge von 7,50 Meter. Das ergibt also mit dem BMW eine Gesamtlänge von 12,5 Metern. Ich hatte einen mega Respekt und einen mega Schiss davor. Aber es ging jetzt dann im Nachhinein doch einfacher als erwartet. Hier vorne nochmal diese riesige Scheibe, die, wie ich finde, echt ganz, ganz cool aussieht. Ist hier natürlich aufgebockt auf den Stützen auf beiden Seiten. Das Ganze relativ präzise austariert. Und wir sehen hier vorne eine kleine Pfütze. Da tropft es auch. Das heißt, wir sind vorne noch ein bisschen abfallend. Was aber gar kein Problem ist, denn das Kondenswasser von der Klimaanlage läuft hier übers Dach runter. Sprich, das sift hier einmal entlang, darunter und kommt dann hier irgendwie vorbei über den Regenablauf nach unten. Hatte anfangs natürlich mega Panik. Oh Gott, der Wohnwagen tropft. Es ist aber nur Kondenswasser und damit gar kein Problem. So, dann haben wir hier die TV-Buchse. Hier drin hängt ein LNB-Kabel. Das ist so ein Satellitenkabel, das verbunden ist mit dieser Satellitenschüssel. Ich habe mein ganzes Leben noch keine Satellitenschüssel gehabt oder besessen. Ich habe auch null Erfahrung damit. Und dann gab es hier auch auf Amazon ein Set für 69 Euro. Alles drin. Stativ, Schüssel, Receiver. Und ich muss sagen, es funktioniert viel besser als ich dachte. Da ist es ganz einfach, irgendwie mithilfe von der Smartphone-App den Satelliten auszurichten oder die Schüssel auszurichten. Dann kriegen wir hier alle deutschen Sender, die öffentlichen sogar in HD. Und dass das so easy funktioniert mit so einer billigen Konstruktion, fand ich echt überraschend und cool. Aber ja, es ist natürlich absoluter Luxus auf dem Campingplatz, seine deutschen Sender dabei zu haben. Auch wenn man damit wahrscheinlich als brutaler Allmann durchgeht zu den Zeiten von der Fußball-EM, ist das wahrscheinlich okay. Daneben geht es weiter mit dem Wassertankanschluss, den wir zugegebenermaßen gar nicht nutzen, denn wir haben einen City-Wasseranschluss. Das ist also ein normaler Schlauch mit einer Gardena-Kupplung. Der führt nach ganz hinten an die Säule. Die zeige ich euch noch. Und der reguliert den Wasserzulauf automatisch. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Klospülung. Sprich, sobald das Wasser aus dem Tank weniger wirbt, dann schießt der Wasserkasten oder in dem Fall der City-Wasseranschluss automatisch nach, sodass man nie ein Thema hat, irgendwie von Hand Wasser auffüllen zu müssen. Man hat quasi immer fließend Wasser, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und das ist schon echt praktisch, echt cool und einfach Luxus auf dem Campingplatz. Auch wenn man sieht, wie die Nachbarn alle von Hand mit irgendwelchen Kanistern und Gießkannen ihre Tanks auffüllen, geht das bei uns vollautomatisch. Der Kühlschrank, weil es ein großer ist, hat auch zwei Gitter. Hier unten eins und hier oben eins. Der läuft jetzt natürlich auf Strom. Dementsprechend kommt oben auch ein bisschen warme Luft raus, aber eigentlich funktioniert er überraschend gut. Das ist bei den Absorber-Kühlschränken immer so ein Thema, ob die auch bei Hitze noch funktionieren, aber auch nachdem wir hier im Schatten sind unter der Markise. Das ist eine 4,50 Meter breite Thule Omnisor, auch sauteuer das Ding, aber ohne willst du dann irgendwie auch nicht hier sein. Ja, schön viel Platz mit Liege und Hund vorm Wohnwagen. Da ist für alles gesorgt und natürlich auch der Stromanschluss. Das ist ein CEE-Kabel, der, wie schon besprochen, jetzt zeige ich sie euch, hier an die Säule führt. Hier unten hängt unser Wasserschlauch dran. Auch hier ganz normale Gardena-Kupplung. Das ist alles ein Set, wenn man überall kaufen. Einmal angeschlossen, aufgedreht und fertig. Hier hängt unser Strom drin. Ganz rechts sind wir. Das sind einmal 10 Ampere und sollte mal irgendwas schief gehen, gibt es auch hier die entsprechenden Sicherungen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Aber wie gesagt, bislang null Probleme. Und war ein schöner Wohnwagen von hinten. Und hier musste ich meinen inneren MacGyver channeln, denn das ist unsere Abwasserkonstruktion. Hier ist der Abwasseranschluss am Wohnwagen und hier ist der Abwasseranschluss am Platz. Und es war, wie man vielleicht erkennen kann, etwas tricky, das so hinzukriegen, dass man ein Gefälle hat, dass das auch abläuft. Auf den Boden legen brauchst du es nicht, dann ist es eine Riesensauerei und es läuft einfach nicht bis ins Loch. Deswegen haben wir unseren Wäschekorb zweckentfremdet und unseren zweiten Tritt zweckentfremdet, um das darzustellen. Das war ein ziemlicher Act am ersten Tag und war natürlich heilfroh, als das erledigt war. Aber der Wohnwagen steht hier auf so einem Auffahrkerl. Auf der anderen Seite ist er noch ein bisschen weiter drauf, weil der Platz einfach ein bisschen schief ist. Gebremst von so einem zweiten Pflock. Hier sieht man auch noch den Mover. Das ist der Mover, äh, der Truma Mover Smart A heißt er, glaube ich. Funktioniert wunderbar. Auch wieder ein bisschen Luxus auf dem Campingplatz. Und hier natürlich noch der Kamin für Boiler und Heizung. So, wenn man also Warmwasser macht oder die Heizung laufen lässt, kommt da die heiße Luft raus. Und ansonsten soll es das von hier draußen fast gewesen sein. Ich zeige euch noch den Gaskasten. Da hängen eben zwei Gasflaschen drin. Ein bisschen Putzzeug. Und ab und zu tropft es hier auch rein. Ja, hier unten sieht man so ein bisschen Wasser. Der ist also nicht besonders gut abgedichtet von Hobby. Aber, na gut, wir sind in warmen Gefilden. Und die Klimaanlage produziert echt viel Kondenswasser. Von daher kann ich das noch halbwegs verschmerzen. So. Das soll es gewesen sein von unserem kurzen Video aus Italien. Von unserer Fahrt und von unserem Wohnwagen. Erzählt doch mal, wo fahrt ihr hin dieses Jahr in Urlaub? Habt ihr möglicherweise auch einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil? Oder seid ihr doch eher Team Hotel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.